Moin Leute, dieses kleine Gerät hier wird auf Amazon & Co. aktuell unfassbar oft verkauft. Es handelt sich um eine Kramatische Atmosphäre. Und das bedeutet, das ist ein fortschrittliches Frostschutz-Schnee-Entfernungsgerät. Und das Erstaunliche dabei ist, ich habe die Energiedichte berechnet, also wie viel Energie dieses kleine Ding beeinhalten muss, um das Versprochene zu leisten. Und das liegt ungefähr 10 mal höher als der bestaktuell erhältliche Lithium-Akku, den es gibt. Und das ist schon ziemlich gut eigentlich. Also, das ist schon eine Sensation. Unsere Energieprobleme wären damit gelöst oder zumindest deutlich besser halt, vor allem bei diesem Preis. Ja, selbstverständlich ist auch die physikalische Begründung absolut schlüssig. Die elektromagnetische Energie des zusammengesetzten Frequenzbandes kann Eis und Schnee, die mit der Karosserie in Berührung kommen, wirksam beeinflussen, indem sie deren molekulare Bewegung aktiviert, sodass Eis und Schnee auf der Oberfläche des Fahrzeugs schnell schmelzen. Naja, genau, sagen wir mal so ähnlich, ja. Ja, ihr merkt schon, dass ich das Ganze nicht so ganz ernst nehme, denn natürlich ist das Produkt absoluter Schwachsinn. Aber ich möchte euch auch erklären, wie ich das Ganze physikalisch begründe, aber auch so, dass ihr es halt selber verstehen könnt. Und damit könnt ihr euch dann selber auch schützen vor solchen zwielichtigen Angeboten. Natürlich wird es auch mega lustig, denn das Gerät kann natürlich absolut alles, es kühlt und heizt natürlich auch. Also in Summe macht es vermutlich einfach gar nichts, aber das schauen wir uns gleich ganz genau an. Außerdem möchte ich auch gegen solche unlauteren Angebote vorgehen, die vermutlich auch vulnerable Gruppen einfach ausnutzen. Und deswegen habe ich auch nur eine Bitte an euch, das kommt aber gleich. So, bevor es mir ernst wird, ich arbeite aktuell mit mehreren Wissenschaftlern zusammen an einem sehr, sehr aufwendigen Video, in der wir einige Aussagen von Rezo in der letzten Zeit wissenschaftlich bzw. kritisch unter die Lupe nehmen. Das ist also ein verdammt spannendes Thema, also Abo nicht vergessen, um das nicht zu verpassen, das wird eine ziemlich krasse Folge. Okay, schauen wir erstmal, was das Teil eigentlich macht. Wenn wir es in die Sonne stellen, dann dreht es sich. Okay, ist ja auch klar, denn durch den Einsatz von Mikrowellen mit Frequenzen, die den Schwingungs- und Rotationsfrequenzen von Wassermolekülen ähneln und so weiter, sparen wir uns den Rest. So, also hier in dieser Beschreibung soll es jetzt Mikrowellen aussenden. Wir schauen uns das gleich nochmal genauer an. Also, was müsste da drin sein? Da müsste also irgendwie ein Magnetron oder ein Klystron drin sein oder, ne, das sind halt beides real existierende Geräte, mit denen man wirklich Mikrowellen erzeugen kann. Also, ich habe da jetzt schon so eine Ahnung, ob da sowas drin ist, aber ich will euch natürlich jetzt nicht alles vorwegnehmen. Halten wir einfach mal fest. Bisher haben wir auf jeden Fall eine super lupenreine physikalisch und vor allem 100% schlüssige Begründung, ja. Okay, also, laut diesem Bild kann man damit ja ein Auto enteisen. Sieht man sofort an dem Before und After. Ja, äh, naja. Okay, so eine übliche Scheibenheizung, die hat vielleicht so 150 Watt zum Beispiel für eine Heckscheibe, so wie sie im Auto ist. Die kennt ihr alle. So, jetzt nehmen wir nur noch drei Scheiben dazu, also quasi die Seite und die Front. Das ist vermutlich ein bisschen zu wenig jetzt gegriffen, weil die Flächen größer sind. Aber egal, wir nehmen es mal so einfach Pi mal Daumen. Dann liegen wir bei viermal 150 Watt, also circa 600 Watt, die wir jetzt bräuchten, um eine Scheibe so zu beheizen, damit wir einfach mal irgendwie eine Größenordnung haben. So, und sagen wir mal, bei ordentlich Eis, also so wie es jetzt hier auch in der Werbung dargestellt ist, das ist ja schon sehr, sehr krass, ne. Müssen die, um das Auto irgendwie frei zu bekommen, würde ich jetzt schon denken, also um den Zustand, da würde ich schon denken, so 30 Minuten oder sowas würde man da schon brauchen, ne. Aber wie gesagt, mal ganz grob. Also brauchen wir circa 300 Wattstunden oder 0,3 Kilowattstunden an Energie. Ne, nagelt mich jetzt bitte nicht auf die exakten Werte fest, geht jetzt hier nur um die Größenordnung, so. So, und das Gerät, also dieses kleine S***-Ding da, das wiegt jetzt circa 110 Gramm. Und damit kommen wir dann auf eine Energiedichte von 2727 Wattstunden pro Kilogramm. So, und jetzt kann man wahrscheinlich erstmal nicht so viel damit anfangen. Deswegen nehme ich mal was, was ihr vielleicht kennt. Das sind so die besten Lithium-Akkus, die mir jetzt so bekannt sind oder die, die mit der höchsten Energiedichte. Das sind aktuell NCA-Akkus, also die halt wirklich gebräuchlich sind und die man auch kaufen kann. Und die liegen so ungefähr bei 270 Wattstunden pro Kilogramm. Also das heißt, dass dieses kleine Gerät, was eine Scheibe eisfrei kriegen soll, ungefähr die 10-fache Energiedichte als einer der besten Lithium-Akkus momentan, der erhältlich ist, haben müsste. So, und jetzt kann man sich natürlich direkt die Frage stellen, wo soll diese Energie denn jetzt herkommen? Also ich habe die nicht gespeichert, die muss ja von irgendwo herkommen. Also machen wir dieses kleine Wunder doch einfach mal auf. Ja, wir sehen eigentlich nur noch eine kleine Solarzelle und darunter einen E-Motor. Damit hätten wir zumindest schon mal die Erklärung, warum sich das Teil dreht, wenn man es in die Sonne hält. Mal sehen, ob es auch noch mehr kann. Das Sonarmodul hat eine Fläche von 3 mal 3 Zentimetern, also sind das 0,0009 Quadratmeter. Und unsere Sonneneinstrahlung, so wie wir sie hier normalerweise haben, bringt so grob 800 Watt pro Quadratmeter. Und jetzt mit den beiden Werten können wir quasi ausrechnen, wie viel Watt das Teil erzeugt, also diese kleine Solarzelle. Typische Solarzellen haben dann nochmal 20% Wirkungsgrad, das ist eigentlich schon ganz gut, aber lassen wir es mal. Wenn wir uns alles zusammenrechnen, kommen wir auf, haltet euch fest, das ergibt unfassbare 0,144 Watt. Ja, das ist in Zahlen 34 mal weniger, als ein armes, altes 5 Watt USB-Ladegerät leisten kann. Also eine kaum noch vorstellbare Leistung. Nein, Quatsch, das ist natürlich totaler Fliegenschiss. Also wenn ich meinen kleinen Finger hebe, benötige ich wahrscheinlich mehr Leistung dafür. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja noch irgendeine geheime Ingredienz nicht erkannt. Also messen wir doch mal nach, ob da vielleicht irgendwie Wärme rauskommt oder irgendwas ist, was wir nicht gesehen haben. So, dann messen wir es doch mal mit der Infrarotkamera, ob das Teil im Betrieb irgendeine Wärmestrahlung aussendet. Hier am Anfang seht ihr den Ausgangszustand, also der gelbe Fleck, den ihr seht, die eine helle Stelle. Das ist die Sonne, die sich dort reflektiert oder das Gerät auch ein bisschen erwärmt. So, jetzt schiebe ich das Gerät ein bisschen an, damit es ein wenig, weil es ein bisschen Starthilfe braucht. Naja, und dann sehen wir im Betrieb, nichts. Es passiert gar nichts, da wird nichts warm und gar nichts. Zugegeben, ich habe jetzt hier keine Konvektionseffekte irgendwie gemessen, aber glaubt mir, da erwärmt sich absolut nichts. Ja, auch wenn man die Hand irgendwie dran hält, da passiert einfach 0,0. Okay, schauen wir uns doch mal die Amazon-Bewertungen an. Auch das ist relativ witzig, denn hier haben wir ein paar ganz besonders gute Beispiele, die unfassbar glaubwürdig sind. Das fangen wir mit der ersten an. Also die Schneeräumung funktioniert gut. Genauso würde ich das jetzt nämlich auch ausdrücken, wenn ich Google Translate benutzen würde. Aber es wird noch besser, wir haben noch eine zweite. Da steht dann als Titel Artefakt zur Schneeräumung, den Rest erspare ich euch jetzt. Also wenn das nicht 100% echte Bewertungen sind, dann weiß ich leider auch nicht. Also das sagt auf jeden Fall alles, würde ich behaupten. Interessant ist auch, dass einige von diesen Angeboten auf Amazon mit der Zeit immer verschwinden und neu auftauchen. Also anscheinend, wenn die erstmal genügend negative Bewertungen haben, werden die einfach neu erzeugt. Und dann ist das Problem gegessen. Also auch das ist irgendwie ein bisschen scary hier. Okay, ich denke, es ist klar geworden, das Produkt ist Quatsch. Viele sagen jetzt selbst schuld, wer so dumm ist und sowas kauft. Ich finde den Spruch immer relativ schwierig, da nicht jeder irgendwie Ingenieur ist oder eine naturwissenschaftliche Ausbildung hatte. Oder auch einfach ältere, kranke Menschen oder Menschen mit geistiger Einschränkung werden hier wahrscheinlich einfach über den Tisch gezogen. Deswegen sehe ich es nicht ganz so entspannt. Und finde schon, dass wir uns da gegenseitig schützen und auch helfen sollten. Also bitte ich euch, meldet diese Scheiße bei Amazon und Co. Denn hier, ich glaube schon, dass hier unbedarfte Leute nach Strich und Faden verarscht werden. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ein bisschen lustig für euch. Ich fand es sehr amüsant. Auch klar, ein bisschen traurig, weil ich sowas auch immer total fies finde. Bis dahin, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.